Die letzte Frage Eines Spätnachmittags erfuhr ich telefonisch, dass sich ein buddhistisches Ehepaar auf den Weg zu mir gemacht hatte, nachdem die beiden von der Polizei vernommen worden waren. Am Morgen hatten sie das Schlimmste erlebt, was Eltern zustoßen kann. Sie hatten die Leiche ihres 17-jährigen Sohnes gefunden. Er hatte sich erhängt. Die meisten Selbstmorde von Jugendlichen sind vollkommen unvorhersehbar. Der Junge hatte viele Freunde und zeigte keinerlei Anzeichen für eine Depression. Auch in der Schule schien alles in Ordnung zu sein. Er stand kurz vor der Abiturprüfung, um anschließend die Universität zu besuchen, und niemand zweifelte daran, dass er sie mit gutem Erfolg bestehen würde. Nichts deutete auch nur im Geringsten auf sein Vorhaben hin. Die Eltern kämpften mit Schuldgefühlen, fragten sich wieder und wieder, was sie hätten tun oder sagen können. Um die Tat zu verhindern. Glücklicherweise aber wird einer persönlichen Fehlentscheidung im Buddhismus keine übertriebene Bedeutung beigemessen, sodass sie sich nicht so leicht zu jenem alles verzehrenden Monster namens Schuldgefühl auswachsen kann. Deshalb konnte ich die Eltern recht schnell davon überzeugen, dass sie sich nichts vorzuwerfen hatten. Auch Kinder aus den liebevollsten, aufmerksamsten Elternhäusern begehen mitunter Selbstmord. Das konnten sie akzeptieren. Die andere Sorge, die sie umtrieb, ist mit dem Wort Panik noch zurückhaltend beschrieben und bezog sich auf die Frage, was nach dieser Art Tod mit ihrem Sohn geschehen würde. Als Buddhisten glaubten sie an die Reinkarnation. Aber sie hatten auch gehört, dass ein Mensch, der den Freitod wählt, in der Hölle wiedergeboren wird. Der Selbstmord des Jungen war schon traumatisch genug. Sich nun aber auch noch ausmalen zu müssen, welche fürchterlichen Qualen er danach würde auszustehen haben, war die reine Folter. Unabhängig davon, ob wir an ein Leben nach dem Tod glauben oder nicht, hören wir doch alle gern, dass unsere geliebten Verstorbenen an einen schöneren Ort gegangen sind. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie es wohl sein muss, zu glauben, dass es da, wo sie jetzt sind, schlimmer sein könnte als auf der Erde. Unbeschreiblich viel schlimmer sogar. Da ich wusste, dass der Junge bald seine schulische Abschlussprüfung hätte ablegen müssen, um auf die Uni gehen zu können, erkundigte ich mich, in wie vielen Fächern er angetreten wäre und wie viele schriftliche Tests er dafür hätte bewältigen müssen. Die Eltern zeigten sich verwirrt, angesichts meiner in dieser Situation ungewöhnlichen Fragen. Doch aus Respekt gaben sie mir die Antwort. Vier Fächer mit jeweils zwei schriftlichen Tests. Wie viele Fragen denn durchschnittlich pro Test gestellt würden, fragte ich weiter. Es waren an die acht, erfuhr ich. Das sind also insgesamt 64 Fragen, die beantwortet werden müssen, um an einer australischen Universität angenommen zu werden, sagte ich. Und was würde passieren, wenn man 63 davon korrekt beantwortet hätte, bei der letzten aber vollkommen daneben hauen würde? Würde man dann trotzdem zum Studium zugelassen? Die Eltern lächelten und nickten. Ja, sicher doch. Sie hatten die Metapher verstanden. Ihrem Sohn würde eine glückliche Wiedergeburt keinesfalls verwehrt bleiben, nur weil er Selbstmord begangen hatte. Ebenso wenig wie einem künftigen Studenten der Zugang zur Universität verschlossen wäre, der bei einer einzigen Frage versagt hat. Ihr Sohn war ein sehr lieber, guter Junge. Auf die Prüfungen des Lebens hatte er so oft die richtige Antwort gewusst, dass er sich eine glückliche Wiedergeburt mehr als verdient hatte. Also, ich würde über die Prüfung des Lebens Alyslander beobachten, dass er sich in die Möglichkeit eine glückliche Wiedergeburt mehr als verdient haben. Unsere Zeit langer Baddorf-Geräusche Hier kommt die Zufall-Beräusche die Abwechslung des Lebens-Loups-Geräusche und die Stadtmord-Geräusche und die Stadtmord-Geräusche die Zufall-Geräusche die Stadtmord-Geräusche die Stadtmord, die Stadtmord-Geräusche Vielen Dank.